Also ich bin tatsächlich jemand, der gerne wandern geht. Also die Patienten wissen das auch. Man sieht mich abends öfter mal hier auch gerne mehrere Stunden im Ort und auch außerhalb wandern. Und das genieße ich sehr, einfach hier draußen zu sein, im Freien zu sein, auch relativ unabhängig vom Wetter, dieser Abwechslungsreichtum der verschiedenen Jahreszeiten. Und es macht einfach Spaß, hier die Umgebung zu erkunden und auf Wanderschaft zu gehen. Und das lässt sich auch schön therapeutisch wieder aufgreifen. Das mache ich nämlich durchaus auch gerne, dass ich mit den Patienten zusammen entweder Gehmeditationen mache oder vielleicht sogar mal eine kleine Wanderung. Wenn es die Zeit zulässt, ist das für mich auch immer wieder mal ein Highlight. Gehmeditationen Gehmeditationen Gehmeditationen